Das Vöcklerbroker Beauty Center Aesthetic Beauty Point Silvia Jodel ist seit mehr als 20 Jahren um das ganzheitliche Wohlbefinden der Kunden bemüht. Neueste Behandlungsmethoden kommen dort zur Anwendung, aber nur dann, wenn Wirkung und Nebenwirkung sowie Kosten und Nutzen in einem gesunden Verhältnis stehen. Das Studio bietet zahlreiche Spezialbehandlungen, angefangen von unterschiedlichen entspannenden Massagen, Maniküre, Pediküre und diverse Kosmetikbehandlungen, über Permanent Make-up und Anti-Aging-Therapien bis hin zur Ernährungsberatung. Auch Sauerstofftherapien oder Bodyforming werden von Silvia Jodel und ihren drei bestens ausgebildeten Mitarbeitern seit Jahren mit großem Erfolg angeboten und sichern die regionale Bekanntheit. Das Erfolgsrezept des Studios, das Kunden aus dem In- und Ausland anlockt, begründet sich auf Einfühlungsvermögen, ehrlicher Beratung und bester Betreuung. Denn das gute Aussehen der Kunden ist die Visitenkarte des Beauty Centers. Weitere Infos gibt's unter www.kosmetik-jodel.at www.kosmetik-jodel.at